Ein Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 50,940 Euro. Dr. probably Shin Bester 450-440 Euro. Ständig 100 Saule Bester Glisch N parentheses Dr.